Hallo und herzlich willkommen zur täglichen Weisheit. Ich grüße das Licht in euch heute von Karl Christian Friedrich Krause, er lebte von 1781 bis 1832 aus seinem Hauptwerk das Urbild der Menschheit. Das Recht streitet nicht mit der Liebe, es ist mit ihr in ewiger Harmonie. Denn es bereitet der Liebe den Weg und ist von ihr unzertrennlich. Ja, es waltet noch da, wo die Liebe erloschen ist. Selbst der Streit ist mit Liebe zu dem Bekämpften vereinbar. Denn welcher Streiter zuerst zur Anschauung gelangt, dass auch der Feind achtbar und liebenswürdig sein, der empfindet die erste Regung junger Liebe, er zeigt sich geneigt, den Streit zu befriedigen und führt ihn nur so lange kraftvoll fort, bis er auch dem Herzen des Gegners Liebe eingeflößt hat. So schafft die Liebe, vereint mit Mitleid und Erbarmen, aus dem Kampfe den Frieden, aus der Zerstörung fruchtreiche Geselligkeit. Tugend, Gerechtigkeit und Liebe können nur in ihrer Harmonie die Menschheit so vollkommen machen, als sie es bestimmt ist, im Reiche Gottes zu sein. Sie sind die himmlischen Pflegerinnen alles Guten und Schönen im Menschen und werden selbst wieder der Gegenstand seiner innigsten Liebe und Anstrengung, denn er kann sich mit dem Bewusstsein zu ihnen aufschwingen und sie mit Freiheit in sich beleben und ausbilden. Sie vollenden den Menschen in sich selbst und machen ihn liebenswürdig und treiben ihn mächtig zu allseitiger Geselligkeit. Es ist ihr Geist, der über das gesellige Leben, Menschlichkeit, Schönheit, Würde und Anmut ergießt. So werden wir aus dem Tempel der Tugend, der Gerechtigkeit und der Liebe herübergeleitet in den wundervollen Bau der menschlichen Geselligkeit. Allen Segen.